Herzlich Willkommen in Karlstadt am Main, der historischen Stadt im fränkischen Weinland. Hier liegen Altstadtromantik und Dorfidylle dicht beieinander. Karlstadt ist nicht nur ein toller Pausenstopp, sondern eignet sich auch hervorragend als Ausgangspunkt für erlebnisreiche Motorradtouren. Das beginnt zum Beispiel mit der Spessart-Runde und einem Besuch der Märchenstadt Steinau. Auch die Rhönkurven sind von Karlstadt aus optimal zu erfahren. Wie wäre es mit einem Stopp am höchsten Berg der Rhön, der 950 Meter hohen Wasserkuppe? Der Besuch des Deutschen Sägeflugmuseums lohnt sich dabei unbedingt. Ein Leckerbissen für Oldie-Freunde wartet auf einer Runde durch den nahegelegenen Odenwald. Das Motorradmuseum Michelstadt gefällt dabei mit seinen Klassikern. Noch einen Café am beeindruckenden Fachwerkrathaus der Odenwaldmetropole und dann geht es durch herrliche Landschaften wieder nach Karlstadt zurück. Also, einfach mal reinschauen in Karlstadt und im Tourismusbüro. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017